Hallo, ich bin Laura und Teil des Recruiting-Teams bei DEKRA. Wie hast du den Einstieg bei DEKRA empfunden? An meinen ersten Arbeitstag kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Da wurde ich von allen Kollegen sehr herzlich in Empfang genommen und ich hatte dann auch schnell das Gefühl, Teil des Teams zu sein. Warum schlägt dein Herz für DEKRA? Mein Herz schlägt für DEKRA, weil ich stolz darauf bin, in einem Unternehmen tätig zu sein, das die Welt sicherer macht. Sicherheit ist mir wichtig und ich finde es schön, dass ich dann einen Teil dazu beitragen kann, die Welt auch ein bisschen sicherer zu machen. Was bedeutet Arbeiten bei DEKRA für dich? In einem sehr abwechslungsreichen Arbeitsalltag auch schon früh Verantwortung übernehmen zu dürfen und auch eigene Ideen einzubringen. Man spürt, dass das Team stimmt, dass da ein Teamzusammenhalt da ist, eine familiäre Atmosphäre herrscht und man eigentlich täglich gerne zur Arbeit geht. Dein persönlicher Tipp für die Bewerbung? Informieren Sie sich über DEKRA, schauen Sie, was DEKRA ausmacht und überlegen Sie, ob Sie dazu passen und machen Sie uns dann auch deutlich, dass sie dazu passen und auch dazu gehören möchten. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR